hallo und herzlich willkommen bei wetlock gamble ich bin heute wieder auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel marvel strikes force komisch warum geht er immer in google play rein ich verstehe das nicht na gut dann schaut was hat über google play immer vollbild rein und dann warten wir kurzen moment da sind wir ja wohl sieht so anders aus ok nachrichten warum kann ich die belohnung noch nicht abholen erster tag im monat ach so ich habe schon abgeholt wo ich wo ich wo ich eingeloggt habe einmal meinen account zu suchen ja dann ist dann automatisch passiert ok dann gehen wir auf tägliche ziele dann machen wir einmal schurkenkampagne forsche drei was schurkenkampagne fortschritt drei missionen ha vermissen die wieder zu die ging doch bei mir schon mal ist doch mein alter account ich bin verwirrt dann machen wir die heldenkampagne guck ich bin schon bei 32 na gut überspringen sind die ganzen anderen charaktere ich hatte auch crossbones hatte ich noch gehabt ich hatte die frau von deadpool und noch viele viele mehr warum sind die alle weg warum sind meine helden alle weg der fortschritt ist geblieben aber meine helden sind alle weg im panisch hatte ich noch war der ist noch da auto dreifach stufe fahrseins abgeschlossen fahrseins abgeschlossen ja ich habe leider keine ahnung warum bei mir meinen ganzen ding abig sind ich brauche drei siege in der kampagne neun stück feinde ich habe gar kein sound höre ich gerade so schauen ist gar kein sound dann ok schon besser jawohl jawohl ok wir haben uns zu drei ziele gemacht gesamtkampagnenfortschritt 10 schurkenkampagnen warum ich habe doch drei schurken gehabt wo sind die ganzen hin offen montag heute ist dienstag noch meilensteine elektra elektra hieß die frau genau das fällt mir der name wieder ein hier die hatte ich gehabt ihn hatte ich gehabt warum sind die weg meine liste der helden was sind die noch da die sind noch da 1 2 böse habe ich ich habe doch mehr gehabt bereit öffnen überspringen nehmen machen wir arena kampf jetzt mal schnell drehen hh horn hoch und ent hoch hoch Kampfff 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 Super Noch einen Kampf, dann habe ich vier Siege. Dann kriege ich die erste Belegung. Achso. Okay, und der Siegert auf mir. Fertig. Fertig. Okay, das war's für erst mal. Belohnung holen. Tagesziel. Nehmen. Stufe 17, schön. Ja, das ist bisschen doof. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei mir ein paar Sachen fehlen. Und das ist neu dazugekommen. Die untere Leiste. Okay. 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 8 benötigt 18. Finden. Ah, das ist finden. Gibt's nur in der Truhe. Oder einen Schurkenlöffel. Ja. Deswegen war ich doch schon so weit. Mensch. Ich dreh durch. Ah. Ein Schurkenlevel. Da komme ich nicht mehr hin. Warum auch immer. Ja. Schurkenlevel. 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 Und auch Schurkenlevel. Heldenelevel. 6, 7, so weit bin ich noch nicht. Hier haben wir das gleiche. Und hier haben wir auch das gleiche. Schurkenlevel. Finden. Schurkenlevel. 1, 2. Ne, ne, ne. Ah, da. Was grünes. Schurkenlevel. Und. Okay. Schurkenlevel. Und. Okay. Die kann ich auch noch finden. Okay. Kann ich auch noch finden. Alles Schurkenlevel. Ich setze den Abschluss von Mission 1.1 der ISO Top 8 Kampagne voraus. Ja, was habe ich denn noch hier vergessen? Da leuchtet doch noch. Ich meinte, die ganzen Plus hier. Die Plus. Dann müsste ich erst die ISO Kampagne machen. Montag, Donnerstag, Sonntag. Sonntag, Mittwoch, Samstag. Sonntag, Mittwoch, Samstag. Das sind die beim Dienstag wahrscheinlich. Dann gehe ich von aus. Machen wir einfach so. Jetzt schauen wir mal, wie sie stehen. Und dann tausche ich eventuell nochmal die Plätze. Also mit Spider-Man tauschen. Spiderman ist kein Tank. Der ist ein Schurke, kann man das so sagen? Oder ein Damage-Dealer. Ich würde sagen, die waren so ein Tanks. Sie ist zwar auch Damage-Dealer, aber sie kann sich unsichtbar machen. Deswegen, heiße vorne gelassen. Nice. ... ... ... ... ... Oh Zwischen die Beine Ich bin eine Schlange gekrochen Oh, zwei Tanks Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie viel Schaden die machen Spott Habe ich doch gewonnen Ach, ich brauche drei Deswegen geht es ja nicht weiter Ja dann Ja dann Nehmen wir mal die Sachen hier Level 18 Schön Und Level 19 Schön Ja noch Schurkenkampagnen frei Vorräte aufgefüllt Ich muss was kaufen Da nehmen Eins Zwei Drei Ein Schurke Und Stimmt, ich hatte noch den Einen von Redskin Redskin hatte ich auch noch gehabt Alle weg Alle weg Ach, gekauft habe ich noch nicht Habe ja nur Dingens gemacht Vorräte kaufen Okay Den brauche ich zum Beispiel Und den ordner oder dieses büchlein den ordnern Ja, das habe ich schon. Da brauche ich noch einen Schutzkämpfer. Meilenstein, Events, Elektra. Ja, schauen wir mal, ob wir das schaffen. Überspringen. Nein, das schaffe ich nicht. Alle Dauern. Niederlage. Weiter. Hat ja bestimmt keiner gesehen. Go, go, go. Überspringen. Ah, das schaffe ich auch nicht. 4 ging 3. Das könnte ich doch noch schaffen. Wow. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Wir warten mal hier raus, wieder eine Liste rein, weil ich hatte die noch gar nicht aufgelevelt gehabt. Upgraden. Jawohl. Das habe ich gesehen. ein Geschäft. Shop. Wo bist du? Vorräte. Vorräte. Ach nee, das hat Lisa hier. Ach, die braucht ihn auch. Das wird auch gebraucht. Auch gebraucht. Auch. Das nicht. Das nicht. Spider-Man. Und Spider-Man. So. Das hat jetzt ein bisschen Geld ausgegeben. Es wird nur noch das hier. Noch der hier. Dann werden wir schnell noch die ganzen anderen Heldinnen alle aufleveln. Guck mal, da können wir den noch verbessern. Auf 19, dann können wir da unten verbessern. Oh. Meilenstein. alle 11 10 super schauen wir uns mal schnell den beiden steilen an die mark gemacht haben liste mensch die blinkt immer das nev das nev dort wird hier ist auch noch was offen ich denke heute meint hier ne keine versuche mehr dann meinte den hier ärgerlich dann machen wir einfach die noch mal zweimal dann kann ich bitte den auch nicht mehr kämpfen ich komme sowieso nicht weiter mit vierter dritte tank schutzkämpfer dann mache ich lieber diese runde noch einmal als dass ich alles verschenke gut events da komme ich nicht weiter und bei den den habe ich ja beendet jetzt kommt der hier blut und donner gleich geblieben nur spiderman und paris haben die plätze getauscht schauen wir ob wir die schaffen ne das schaffen wir nicht ich Okay. da war ja klar ja dann geht es hier nicht mehr weiter bei meilenstein ok übersicht ok um was haben wir noch hier ich brauche auf jeden fall ein bösen das sind beides böse swan und emmy angriff angreifer du besitzt 2 440 ich brauche 2000 0 ich brauche 2000 0 braucht 2000 2000 0 1 0 2000 35000 0 0 0 0 das ist für geld kaufen Ich könnte die beiden mal kurz nachschauen, wo die sind. Swarm und Aimangreifer. Die haben alle einen roten Punkt. Ah, jetzt nicht mehr. Aimangreifer. Kann man die Liste nicht sortieren? Ah. Aim. Aimangreifer. Aimangreifer. 540. Bringt mir nichts. Swarm. Wo gehörte der zu? Black Order. Ach, das sind die Avenger. Aim nicht. Wer nicht. Bio nicht. Black Order nicht. Bruderschaft. Nein. Defender. Energierest du? Nein. Ewig. Cool. Danos. Ultimus. Ähm. Die Fantastischen Vier. Fernkämpfer. wiederher. Wir draußen. Machier. Huh. ist ja eigentlich alles nach alphabet sortiert muss ja eigentlich schnell finden man war einfach unter alle die sind aber nicht gesattiert das ist der mist die hat heldinnen den natürlich auch ghostrider genau hydra red skin hatte ich auch und den hatte ich auch sind nur alle hin da ist ja so mit 45 hätte ich auch vergessen ja gut dann komme ich da heute nicht mehr weiter dann war es das für heute nee 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 das kann nicht sein ich schaue doch mal kurz bei vorrät nach also hier kann ich sowieso nichts machen hier konnte ich auch keine merke auf hmm hmm also ich könnte jetzt noch hier nachschauen ob ich vielleicht einen bekommen von den dreien oder von den dreien aber dass ich da was kriege so gering deswegen sage ich mal das was ich wollte ich denke mal man kommt das bestimmt auch wieder spiel dann bin ich level 20 wird das hier mal probieren allianz ach so ist eine gilde gibt es sonst noch was neues hier ab morgen vielleicht 20 benedikt allianz stufe 20 das war's also ab morgen kann ich in der allianz eintreten ich denke mal dass das morgen gut dann war es das für heute ich sage schon mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten wieder dabei seid bis dann wünsche euch viel spaß und auf wiedersehen